Du bist Beauty-Profi und hast schon viel von Dr. Juchheim gehört? Vielleicht auch nicht? In diesem Video erfährst du, was die Beauty-Profis zu Dr. Juchheim Kosmetik verraten. Ich bin seit 32 Jahren Kosmetikerin und warum verwende ich Juchheim Produkte? Mich überzeugen die Produkte total. Ich war am Anfang super skeptisch. Ich habe acht Monate alles selber an mir ausprobiert, weil ich für meine Kunden nur das Beste möchte. Ich arbeite seit Jahren mit ganz hochwertiger Kosmetik, aber Juchheim hat mich völlig überzeugt, da keine Parabine, keine Paraffine enthalten sind. Es wird keine Mikroplastik, keine Silikrone werden verwendet und vor allen Dingen werden auch keine Tierversuche unternommen, um die Produkte zu testen. Bei uns in der Behandlung erzielen wir wunderbare Ergebnisse in anderthalb Stunden, in zwei Stunden. Wir brauchen keine apparative Kosmetik. Die Kunden sind ganz schnell überzeugt. Es ist eine Kosmetik mit Sofort-Effekt und Langzeitwirkung. Man sieht wirklich nach anderthalb Stunden, die Kunden sehen wirklich sofort einen Effekt. Wenn sie es regelmäßig zu Hause anwenden, haben sie eine irre Langzeitwirkung. Wir schaffen es wirklich, Jahre zu verjüngen. Warum habe ich mich als eine der größten Skeptikerinnen dazu entschieden, nur noch mit Juchheim in der Kabine zu arbeiten? Ganz klar, weil es keine bessere Kosmetik auf dem Weltmarkt gibt. Warum kann ich das so sagen? Weil es Herrn Dr. Juchheim erstmalig gelungen ist, nur mit Produkten bis in die dritte Hautschicht vorzudringen. Das gab es noch nie. Und wir sehen, die Ergebnisse sind phänomenal. Wir machen ein Foto, wir behandeln die Kunden, machen ein Nachherfoto und feiern es schon fast richtig zusammen, dieses Ergebnis. Wenn dann die Kundinnen die Heimpflege regelmäßig benutzen und dann wiederkommen, kriege ich wirklich oft eine Gänsehaut, weil ich denke, Wahnsinn, Wahnsinn, diese Ergebnisse. Was ist für uns Kosmetikerinnen noch schön? Durch das passive Einkommen, was wir uns aufbauen können. Ich habe sowas immer verurteilt, weil ich keine Ahnung hatte. Es ist eine ganz tolle Form des Vertriebs, weil wir auch mal, wenn wir Verdienstausfälle haben, mal sagen können, oh, ich habe ja auch mein passives Einkommen. Es nimmt uns also viele, viele Ängste. Ich kann nur an jede Kosmetikerin appellieren, testet euch, testet es, testet es aus, öffnet euch. Als Kosmetikerin liegt mir die Haut meiner Kunden natürlich sehr am Herzen. Daher achte ich bei mir im Studio auf besonders qualitativ hochwertige Produkte. Mit der Effektosmitik von Dr. Jürgen Juchheim habe ich eine Linie entdeckt, die einzigartig ist in ihrer Wirkung. Wir haben hier Produkte mit Alleinstellungsmerkmal und das spüren auch die Kunden. Die Ergebnisse, die ich innerhalb einer Behandlung erziele, sind einfach beeindruckend. Und das können, glaube ich, viele auch bestätigen. Und die Langzeitergebnisse und die damit verbundene Kundenzufriedenheit bestätigen mich einfach auch tagtäglich in meiner Entscheidung. Ich als Kosmetikerin bin glücklich, mit den Produkten arbeiten zu können. Und wie eine Kollegin schon mal sagte, wir verkaufen keine Hoffnung, wir verkaufen Ergebnisse. Ich habe auf einer Juchheim-Geschäftspräsentation unsere Eyepatches kennengelernt. Zuerst wurde ein Vorherbild von der Augenpartie gemacht, dann die untere Augenpartie mit dem Tonic Water abgereinigt und das iPad aufgelegt. Nach 20 Minuten wurde das iPad runtergenommen, die Reste einmassiert und dann wurde ein Nachherbild gemacht. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr etwas Besonderes seht oder ihr seid überrascht und müsst nochmal hingucken. Und so war das bei meinem Mann auch. Und ich so, was ist los? Habe ich Ausschlag bekommen? Nein, sagt er, du bist total glatt, du hast eh nicht so viele Fältchen, aber das, was da ist, das ist weg. Und da ich in meinem Institut auch Mikrodermabrasion, Mikroniedling gemacht habe, war mein erster Gedanke, das ist ja der Oberhammer. Jetzt habe ich nach 20 Minuten ein Ergebnis, was ich nicht nach sechs Behandlungen bei den Kundinnen teilweise habe und war total begeistert. Und das war der Startschuss für uns, mit Juchheim zu arbeiten. Und ich kann es wirklich jedem Beauty-Profi nur empfehlen. Schaut es euch unverbindlich an, macht euch euer eigenes Bild. Und wir sind total begeistert und das Beste ist, ich mache es mit meinem Mann zusammen und wir haben einfach eine tolle Zeit mit mir. Vor circa drei Jahren habe ich mit meiner Nails & Lashes Firma auf der Beauty-Messe ausgestellt und habe dort das erste Vorher-Nachher-Foto gesehen. Unmöglich kann überhaupt nicht sein. In über 20 Jahren Beauty-Branche habe ich solche Ergebnisse noch nie gesehen. Ich habe mir daraufhin mein Startset gekauft und das Ganze im Studiobetrieb getestet. Die Kundinnen kamen und ich habe gesagt, Hose runter, lass uns mal die Beine einkriegen und sehen, ob wir etwas gegen diese Dellen tun können. Und die Ergebnisse waren sensationell. Glatte Beine, große Augen, einfach großartig. Und wir haben da im Studiobetrieb innerhalb kurzer Zeit wirklich mehrere tausend Euro pro Monat zusätzlich als zweites Stammbein aufgebaut. Und ich dachte mir, wow, phänomenal. Warum ich Dr. Johann Produkte liebe, ist der, weil sie aus der Kraft der Natur hergestellt werden. Unsere Haut ist es einfach nur wert. Und sie ist dankbar dafür. Wenn man sie einmal ausprobiert hat und den Vorher-Nachher-Wow-Effekt erlebt hat, das können Sie mir glauben. Da möchte man nichts anderes cremen als mit den Produkten von Dr. Wohrein. Ich musste selber mich überzeugt werden als Kosmetikerin. Geglaubt habe ich es anfangs nicht. Aber mit dem Erleben der Vorher-Nachher-Bilder. Und ich wollte nichts anderes mehr haben als diese Produkte. Die Kunden sind mir dankbar. Und ich mehr denn je, weil ich meine Haut etwas gut finde. Das Beste ist für meine Kunden und für mich gerade gut genug. Das war der Grund, warum ich vor drei Jahren mit Dr. Johann Kosmetik startete. Eine Kosmetik ohne Parabene, ohne Paraffine, ohne Hormone, ohne Silikone und ohne an Tieren getestet zu werden. Der Vorher-Nachher-Wow-Effekt. Du machst ein Foto, du wendest das Produkt an und machst wieder ein Foto und feierst am Ende mit der Kundin das Ergebnis. Und sie hat am Ende die Möglichkeit, das Produkt für sich mit nach Hause zu nehmen. Das ist das Schöne an Dr. Juchheim Kosmetik. Hier musst du nicht verkaufen können. Hier sprechen die Produkte ihre eigene Sprache. Das andere, was Dr. Juchheim Kosmetik noch bietet, ist natürlich, anderen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, damit Geld zu verdienen. In dem Moment arbeiten wir Kosmetikerinnen nicht mehr im Konkurrenzkampf, sondern im Miteinander. Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig, diese Kosmetik in die Welt hinauszutragen. Als Beauty-Profi mit eigenem Studio und Mutter einer damals Zweijährigen hatte ich immer diesen Spagat zwischen Kinderbetreuung und Kundenterminen. Und mit immer höher werdendem Arbeitspensum blieb mir natürlich immer weniger Zeit auch für die Familie übrig. Auf Juchheim bin ich erstmalig über Facebook gestoßen, über diese unglaublichen Vorher-Nachher-Bilder. Da war mir aber noch gar nicht bewusst, was ich damit in den Händen halten könnte. Erst als mir dieses Konzept in seiner Gänze vorgestellt wurde, verstand ich. Also weniger Arbeitszeit im Studio, viel mehr Umsatz als bisher und mehr Quality-Time für die Familie. Und wie habe ich das Ganze dann in meinen Studioalltag integriert? Ich habe die Kunden lediglich testen lassen, testen, testen, testen und habe Facebook auch noch als zusätzliches Add-on für mich entdeckt. Ja, was soll ich sagen? Nach wenigen Monaten habe ich mein Studio komplett aufgegeben und nach 15 Monaten habe ich zum ersten Mal in meinem Leben fünfstellig verdient. Also für mich persönlich gibt es kein besseres Business, was sich so familienfreundlich um den eigenen Alltag herum aufbaut. Wow, was für tolle Erfolgsgeschichten für Vor-Nachher-Bilder. Wenn dir das Video gefallen hat und du möchtest mehr über Dr. Juchheim Kosmetik erfahren, so kontaktiere bitte die Person, die gleich hier angezeigt wird. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.